Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. In diesem Video geht es mal wieder um 42a-konforme Taschenmesser. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, wo ich euch meine Empfehlungen und auch meine meist genutzten 42a-konformen Einhandmesser vorgestellt habe. In diesem Video heute soll es, wie schon erwähnt, ebenfalls um 42a-konforme Taschenmesser gehen, aber diesmal nicht um Einhandmesser, sondern um Zweihandmesser mit Verschluss. Ja, das ist ganz wichtig. Ich zeige euch heute hier keine Slipjoins oder irgendwelches Ähnliches, sondern wirklich Zweihandmesser mit echtem Verschluss, also mit Liner-Lock oder Back-Lock oder Frame-Lock oder was es sonst noch so gibt. Ja, diese, die ich euch heute zeige, das sind, wie gesagt, meine meist genutzten 42a-konformen Zweihandmesser mit Verschluss und halt auch die, die ich euch wirklich empfehlen kann, weil die preislich wirklich in einem sehr bezahlbaren Rahmen liegen. Deswegen, ich hatte ja letztens auch so, ich habe ja immer mal in den Kommentaren so zu lesen, ja, Budget, wenn wir da so bei 100 Euro sind, ja, na klar, Budget ist immer, also dieses Wort ist grundsätzlich immer auch damit verbunden, was das Messer kann, wer es designt hat und natürlich, was es für Materialien hat. Also natürlich, sage ich mal, ist ein Messer mit PM-Stahl, was im Bereich 80, 90 Euro liegt, ist ein Budget-Messer, einfach weil ihr ein PM-Stahl-Messer, ja, für unter 100 Euro, das kriegt ihr nicht alle Tage. Ja, natürlich, ich sage mal, ein Messer mit, weiß ich nicht, 9-CR18-MOV- und G10-Griffbeschalung für 70, 80 Euro, das hat mit Budget nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, die, die ich euch heute zeige, die sind preislich alle doch in einem sehr, ja, ordentlichen und bezahlbaren Rahmen. Und bevor ich hier noch länger quacke, fangen wir einfach an. Ich werde euch heute hier keine klassischen Backlog-Messer oder ähnliches zeigen, ja, das ist ausgelutscht, sage ich mal, das Thema, ja, also die ganzen Bug-Modelle und was es da so gibt, das will ich euch heute nicht zeigen, sondern das sind tatsächlich, die ich euch heute zeige, eher moderne, ja, moderne Zweihandmesser mit Verschluss. Und, ja, wir fangen einfach mal an, es gibt hier kein Ranking, sondern ich nehme jetzt einfach mal das Erste, was mir hier so in die Finger kommt. Ja, das SteelTag, Number 2. SteelTag, wem das nichts sagt, SteelTag quasi der Eigenname des Messermagazins, also des WLAN-Verlags, der gibt ja das Messermagazin raus. Und das Messermagazin hatte vor vielen Jahren schon, ja, irgendwie mal die Idee, wir machen irgendwie eine eigene Messermarke. Was ganz Besonderes, so, ich sag mal, Custom-Style-mäßig so ein bisschen, ja, da kamen ein paar schöne Sachen auf den Markt. Zum Beispiel das SteelTag Commando, wirklich ein tolles Messer, der Stefan hatte das irgendwann letztens mal vor die Kamera gehalten und hatte, glaube ich, auch eine Vorstellung dazu gemacht. Wirklich ein klasse, klasse Messer, ja, damals aber, glaube ich, so um die 400 Euro, das hat kaum jemand gekauft. Ja, das schlug nicht wirklich ein, dann kam das SteelTag Number 1, das war, glaube ich, so eine veränderte Megalodon-Version. Auch noch sehr teuer und auch nicht so zündend gewesen. Und dann, ja, hat man sich dazu entschieden, okay, wir gucken mal, dass wir mit einem chinesischen Partner vielleicht zusammenarbeiten. Jemand, der uns Messer fertigt in, ja, guter bis sehr guter Qualität für einen bezahlbaren Preis, ja. Und da hat man sich dann hier für QSP entschieden, denn das SteelTag Number 2 ist nichts anderes als, ja, eine veränderte, ja, wie soll man es nennen, modifizierte, eben für das Messermagazin modifizierte Version des QSP Piglet. Allerdings hier nicht als Einhandmesser. Das Piglet ist ein Einhandmesser mit Verschluss, also nicht 42a-konform. Und dieses wunderbare Teil hier, das SteelTag Number 2, ist zumindest konzipiert als Zweihandmesser. Aber ihr seht, es hat einen Liner-Lock als Verschluss. Jetzt kann man natürlich sagen, da gab es auch immer wieder Stimmen, die meinten, ja, kriegst du aber mit einer Hand auf. Ja, ihr seht es, auch ich kriege das hin, kriegt man. Allerdings, ihr seht, da ist ein Nagelhau vorhanden. Das kommt natürlich immer wieder auf den Ordnungshüter drauf an, der euch dann im besten Fall oder nicht im besten Fall kontrolliert, wie der das Ganze sieht. Ich habe es mal ausprobiert, wenn ihr die Achsschraube wirklich ordentlich festzieht, dann kriegt ihr das mit zwei Händen nicht mehr auf. Und wenn, dann wirklich nur mit ganz viel Gefummel. Also, wer der Meinung ist, so wie es jetzt ist, ist es nicht 42a-konform. Das könnte ich durchaus verstehen, weil ich kann es ja mit einer Hand öffnen und es verriegelt. Der zieht einfach die Klingachse ordentlich fest und dann kriegt ihr das mit einer Hand nicht mehr auf. Dann müsst ihr auf jeden Fall beide Hände nehmen und dafür ist es ja auch, wie gesagt, konzipiert. Ja, tolles Teil, 14C28N, Centwick-Stahl, wunderschöne Mikata-Griffbeschalung, polierte Liner. Und ihr seht, das Mikata schließt nicht mit den Linern ab, sondern das ist ein bisschen kleiner gehalten als der gesamte Liner. Finde ich ja optisch sehr reizvoll, auch beim Pyrite von CJRB, das hatte ich euch vor kurzem vorgestellt, ist das so gemacht worden. Ich finde sowas toll und man muss ja auch keine Bedenken haben, die Liner sind wunderbar angefasst, also hier ist alles ganz, ganz, ganz handspeichlerisch verarbeitet. Der Lok schließt gut und sicher, der Klingenlauf, das Ganze läuft auf, ich glaube, auf Phosphor-Bronze-Scheiben, mir aber nicht ganz sicher, also zumindest nicht auf Kugel lagern. Ja, also das ist nicht Kugel gelagert, trotzdem ist der Lauf der Klinge sehr angenehm. Das QSP, Quatsch, ja, das QSP-Piglet und hier, wie gesagt, in der Version Steel Tech No. 2 auf jeden Fall eine Empfehlung. Die kosteten, als die auf den Markt kamen, 49,90 Euro und so viel kosten sie jetzt auch immer noch. Ich weiß nicht mehr so genau, ob die noch zu beziehen sind. Müsst ihr einfach mal das Netz auschecken, beziehungsweise wenn ich dran denke, gucke ich mal, ob ich euch einen Bezug zum Steel Tech No. 2 in die Videobeschreibung packen kann. Gut, nächstes Messer. Das ist ein Modell, das habe ich schon sehr lange, kennen vielleicht viele auch nicht oder vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten. Ihr seht es anhand des Klingenaufdrucks, es handelt sich hier um ein Böker Plus und zwar ein Böker Plus Italy. Das waren tatsächlich Böker Plus Modelle, die nicht in Fernost gefertigt wurden, sondern tatsächlich in Italien. Dieses Modell hier nennt sich Zero, das ist ein, ja, unschwer zu erkennen, Jens-Anso-Design. Das Böker Plus Italy Zero, ich weiß gar nicht mehr, wann das auf den Markt kam, ist auf jeden Fall schon wirklich etliche Jahre her. Damals, da gab es auch etliche Vorstellungen bei YouTube, also da waren die Meinungen auch gespalten. Einerseits wegen des, ja, doch sehr eigenwilligen Griffs, da muss man tatsächlich gucken, bei mir passt es tatsächlich als Dreifingermesser und ich kriege den vierten hier hinten wunderbar auf das Ende des Griffs. Es gibt auch Leute mit ganz kleinen Händen, die kommen wahrscheinlich hier wirklich direkt in diese Aussparung rein und es gibt Leute mit ganz riesigen Händen, bei denen passt das gar nicht. Also ist, wie gesagt, nicht für jedermann dieses Messer. Mich hat es damals einfach interessiert, weil die Fertigung in Italien ist oder war, weil das ein Jens-Anso-Design ist und weil mich das ganze Design einfach, ja, schwer angemacht hat. Ähm, und weil das ganze halt 42A-konform war damals oder nicht damals immer noch ist. Sehr schöne Form auch geschlossen, keine Klaus-Kante, alles geht wunderbar ineinander über, sowohl hier vorne im Bereich als auch hier hinten, wenn die Klinge geschlossen ist. Das ist alles ganz, ganz, ganz sauber und ordentlich gemacht. Deep Carry Pocket Clip. Wir haben hier FR-Eingriffsschalen und einen Böhler N96 Stahl. Ähm, ja, gute Wahl für dieses Messer. Habe es auch oft und viel dabei gehabt und genutzt. Ähm, ja, tolles Teil. Schön fein ausgeschliffen das Ganze. Schöne, bauchige Klinge. Erinnert so ein bisschen an die Nesmo-Klingen. Also wirklich, wirklich schön gemacht. Ähm, das lag damals, hm, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber das lag irgendwo so bei 60, 70 Euro. Ähm, ja, wird leider nicht mehr hergestellt. Ähm, wenn ihr die Chance habt, das auf den Zweitmarkt zu bekommen, ähm, da würde ich zuschlagen, weil es wirklich ein tolles Modell ist. Klein, sehr leicht durch die FR-Eingriffsschalen. Passt in jede Hosentasche. Das merkt ihr gar nicht, wenn ihr es dabei habt. Also, auf jeden Fall, ähm, ja, wenn ihr da rankommen könnt, holt's euch. Ich schaue natürlich trotzdem, ob ich einen Bezug dazu irgendwo finde und verlinke euch den natürlich. Kommen wir zum nächsten. Das hatte ich euch auch mal in der Einzelvorstellung vorgestellt. Das, na, Fokus, da ist er. Das Le Glen hier in der Farbvariante Glas, äh, Glas, französisch für, ja, wenn ich mich recht erinnere, äh, soll das die Farbe sein, ähm, in der sich der Himmel im Wasser spiegelt. Also irgendwas so zwischen Blau und Grau und Türkis, irgendwie sowas. Also Glas quasi bezeichnet das, äh, die Farbe des Himmels, der sich im Wasser spiegelt. Ja, ähm, die Geschichte dahinter, alles sehr cool. Ähm, ich denke dran, äh, oder ich hoffe, ich denke dran, dass euch das Video, ähm, was ich dazu mal gemacht habe, in der Videobeschreibung zu verlinken. Echt ein klasse Messer, modern interpretiertes Fischer-Messer-Design. Wirklich schön gemacht, sehr, sehr schneidfreudige, super dünn ausgeschliffene Klinge. Ja, verriegelt mit einer Art Midlock, der raussteht, ähm, das ist alles wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Und preislich liegen wir hier definitiv unter 50 Euro. Ich weiß nicht, was das jetzt kostet. Ähm, als ich das damals mir gekauft habe, war das relativ neu auf dem Markt. Ich hatte mir das, glaube ich, bei Brandners Homestyle gekauft, wenn ich mich nicht täusche. Und da lag das irgendwo, ja, für knapp 40 Euro vielleicht. Will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall deutlich unter 50 Euro das Teil. Ähm, sehr leicht das Ganze durch diese, ja, durch diese Griffschalen hier, die aus alten Fischernetzen und zermahlenden Austernschalen hergestellt werden. Ähm, wie gesagt, schöne, schneidfreudige Klinge. Wirklich ein tolles Teil. Kann ich euch wirklich empfehlen. Also wir hatten jetzt hier einmal Liner-Lock, wir hatten zweimal Back-Lock. So, dann kommt jetzt mal noch ein anderer Lock. Das kennt ihr sicherlich auch, ähm, wurde vielfach vorgestellt auf YouTube. Das Wanger Piccolo. Ja, das ist wirklich, ähm, von Messer und Co. wirklich ein toller Wurf von Dirk Wanger. Ähm, ein Eckart-Schmoll-Design. Eckart-Schmoll, deutscher Messermacher, auch Mitglied der Messergilde. VG-10-Stahl hier, Edelstahl, Frame-Lock. Ja, und ihr seht, hier ist keine Öffnungshilfe vorhanden. Wenn ich mich hier anstrenge und ganz viel fiedele, dann kriege ich das auch mit einer Hand auf. Dennoch für mich kein Ein-Hand-Messer. Es ist für mich klar ein Zweihand-Messer. Und auch hier könnt ihr das wieder so machen, wenn ihr euch da irgendwie doch nicht sicher seid. Zieht die Schraube noch ein bisschen an. Dann sitzt die Klinge definitiv so fest im Heft, dass ihr die da nicht mehr so ohne weiteres rauskriegt. Hier in dem Bereich sowieso schwer, weil der Detail relativ kräftig ist. Ihr müsst dann eher schon hier hinten irgendwo anpacken. Ja, und ihr seht, ich... Also da habe ich wahrscheinlich jedes Zweihand-Messer schon fünfmal aufgemacht, bevor ich das Teil geöffnet kriege, mit einer Hand. Aber sei es drum. Da wird es sicherlich auch kontroverse Diskussionen drüber geben. Wie gesagt, für mich 42a-konform. Sehr schönes Teil. Schön verarbeitet. Glasperl-gestrahlte Griffschalen. Alles sehr sauber verarbeitet. Der VG-10, sehr fähiger Stahl. Schön fein ausgeschliffen das Ganze. Und wie gesagt, nach einem Eckart-Schmoll-Design aufgelegt. Wirklich schönes Messer. Lag damals, als es rauskam, ich glaube bei knapp 70 Euro. Wo das jetzt liegt, weiß ich nicht genau. Aber ich denke mal, für das, was man hier geboten bekommt, sowohl für das Design als auch für die Materialien, ist das ein Preis, der ist annehmbar. Und der liegt für mich dann auch immer noch irgendwo im Budget-Bereich. Nicht im Low-Budget-Bereich, aber im Budget-Bereich. So, vier haben wir. Jetzt kommt Nummer fünf. Auch ein alter Bekannter. Ist jetzt schon wieder ein Backlog-Modell? Ja, schon wieder ein Backlog-Modell. Für mich aber trotzdem kein klassisches Backlog-Modell, wie jetzt die ganzen Jagdmesser von Hubertus oder von Buck oder Ähnlichem. Sondern für mich ein sehr modernes Zweihandmesser, hier das Menli Peak. Das gibt es auch als Einhand-Version. Da ist dann hier ein Daumenloch in der Klinge als Öffnungshilfe. Bei dieser Version hier habt ihr nichts, weder Nagelhau noch irgendeine andere Öffnungshilfe. Kein Pin oder kein Loch oder irgendwas anderes. Kein Klingenheber. Das müsst ihr auf jeden Fall zweihändig öffnen. Hier in der Version mit D2-Stahl. Das Ganze gibt es ja auch noch in verschiedenen anderen Stählen. Unter anderem ja auch... Na, Kamera möchtest du heute? Kamera möchte nicht. Okay, aber es ist D2-Stahl. Das Ganze gibt es dann halt auch noch in S90V zum Beispiel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Ding auch in 14C28N und in 12C27 aufgelegt wurde. Ich glaube aber eher nicht. CPM 1.5.4, glaube ich, gab es das noch. Da dann natürlich die Versionen doch relativ kostenintensiv inzwischen. Auch damals waren die jetzt nicht billig. Ich glaube, das S90V-Modell kostete damals so um die 75, 80 Euro. Heute zahlt man da auch schon mehr, außer ihr kriegt es halt mal im Sale irgendwo. Und für die CPM 1.5.4-Version liegt der, glaube ich, sogar jetzt inzwischen bei um die 100 Euro. Aber die D2-Version, und ich mag den D2, das ist ein sehr tauglicher Stahl. Wenn man den ein bisschen pflegt, passiert dem auch nichts. Für die D2-Version bezahlt ihr ja selbst heute, ja, ich denke mal so unter 50 Euro oder so bis 50 Euro. Mehr dürfte das Teil, ja, in D2 nicht kosten. Deep Carry Pocket Clip, G10-Griffschalen. Wie gesagt, Backlock verriegelt. Das Ganze schließt sehr ordentlich. Schöner Klingenlauf. Sattes Geräusch beim Einrasten. Also ein sehr sicherer Lock. Ich habe damit auch schon, ja, ich will nicht sagen mega viel gearbeitet, aber ich habe es immer wieder mal mitgehabt. Ich habe es vor allem draußen benutzt, weil es recht stabil aufgebaut ist. Die schneidet zwar doch relativ dünn ausgeschliffen, aber ihr seht schon, wir haben hier keinen voll hochgezogenen Flachschliff. Das Ganze hat schon auch hier im Mittelbereich ordentlich Material. Die Spitze, das seht ihr, die verjüngt sich auch erst ganz vorne. Also irgendwie macht mein Fokus heute nicht so richtig mit. Gut. Also das Ding auf jeden Fall sehr stabil aufgebaut. Da könnt ihr schon einiges mit arbeiten. Ja, das Manly Peak in der Zweihandversion. So, das waren jetzt fünf. Und ich zeige euch jetzt doch noch eins. Auch wenn das sicherlich ein, naja, klassisches Design irgendwo ist, zumindest angelehnt daran ist, muss ich euch das trotzdem zeigen. Ja, es ähnelt natürlich den ganzen Bugs- und Hubertus-Messern und so weiter. Ist natürlich eher schon klassischer Backlog-Folder, aber für mich tatsächlich hier doch sehr modern interpretiert. Sowohl was Material angeht, als auch was Formgebung angeht. Das ist dann doch schon nicht so dieses ganz klassische Pattern, sondern doch schon ein bisschen moderner. Das Böker Plus 3000 Lightweight war damals, ich glaube, das lag so bei 80 Euro, als Böker das vertrieben hatte. War mir dann grundsätzlich zu teuer. Und dann hatte Böker das irgendwann mal rausgeschmissen, als das Modell auslief. Und dann gab es das, glaube ich, für 35, 36, 37 Euro, irgend sowas. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Wir haben hier eine Klinge aus 440C, die sehr dünn ausgeschliffen ist. Wir haben Backen aus Titan. Wir haben eine G10-Griffbeschalung. Der Clip ist furchtbar hässlich, den habe ich ja noch dran gelassen. Ich glaube, den mache ich irgendwann mal ab, weil der ist wirklich grottig, muss man wirklich sagen. Viel zu lang, keine schöne Form, nur hier vorne am Bolster verschraubt, hinten überhaupt nicht, auch nicht umsetzbar. Also das definitiv nicht gelungen. Aber wie gesagt, den kann man abmachen. Den hatte ich auch mal eine ganze Zeit lang ab, weil ich das dann in einer kleinen Ledertasche mit dabei hatte. Ja, wird leider nicht mehr hergestellt. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auf dem Zweitmarkt solltet ihr das auch für einen relativ schmalen Taler bekommen. Also ich denke mal, mehr als 40, 50 Euro zahlt ihr dafür nicht. Und das ist es allemal wert. Sauber verarbeitet das Ganze. Schöner, weicher Klingenlauf. Wie gesagt, 440C. Sehr fein ausgeschliffen, Titan und G10. Ja, tolle Kombi. Schön schlank das Ganze. Recht großes Messer. Ja, wenn ihr da noch dran kommen könnt, kann ich euch dieses Modell auf jeden Fall auch als modernen Zweihandfolder mit Verschluss empfehlen. So, das war es auch schon wieder. Ja, ich hoffe, da war vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Wie gesagt, alles Messer, die sich irgendwo für das, was sie können und was sie bieten und aus was sie bestehen, im Budgetbereich bewegen. Ja, ich hoffe, ich versuche euch zu jedem dieser Modelle irgendwie noch einen Link zum Bezug in die Videobeschreibung zu packen. So, jetzt bin ich fertig. Ja, über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich, über einen Kommentar freue ich mich natürlich und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als, ja, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.